Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir werden ja heute im Haushaltsausschuss den Entwurf des Haushalts 22 vorgestellt bekommen von Finanzminister Linder. Und natürlich haben wir schon Zahlen und Einschätzungen bekommen. Und darum kann ich Ihnen unsere Position auch schon vor der Sitzung in groben Linien darstellen. Erstens, wir erleben gerade eine explosive Mischung von verschiedensten Krisen. Die Energiekrise, Klimakrise, Corona-Krise und den Krieg in der Ukraine. Und alle Krisen treffen arme Menschen besonders hart. Aber auch die Mittelschicht in unserem Land leidet unter den zunehmenden Lasten, insbesondere unter den Energiepreisen. Darum brauchen wir, und das ist unsere Forderung, die wir auch in dieser Woche in mehreren Tagesordnungspunkten deutlich machen werden, eine schnelle finanzielle Entlastung der Menschen, die eben nicht zu den wenigen Vermögenden in unserer Gesellschaft gehören. Wir werden auch schon in dieser Woche einen Heizkostenzuschuss von 220 Euro fordern. Und wir brauchen mehr Geld für Hartz IV. Wir brauchen mehr Geld, um das Armutsrisiko von Rentnerinnen und Rentnern zu beenden und zu begrenzen. Und ich habe den Eindruck, dass der Finanzminister Lindner mit diesen Krisen komplett überfordert ist. Denn starrsinnig verteidigt er wirklich die ökonomisch absolut unsinnige schwarze Null. Und Krisenlasten, Schuldenbremse, das ist nicht miteinander vereinbar. Das ist die Quadratur des Kreises. Und was uns auch besonders ärgert, ist, dass der Finanzminister mit Taschenspielertricks versucht, das Parlament auch auszubremsen und die Schuldenbremse sein großes Highlight zu umgehen und uns zu erklären, dass sie trotzdem wichtig wäre. Und wir haben ja alle gehört bei der Sondersitzung des Bundestages am 27. Februar, dass das Grundgesetz geändert werden soll. Und wir können überhaupt nicht akzeptieren, dass 100 Milliarden Euro Sondervermögen, darauf komme ich dann noch genauer zu sprechen, für die Aufrüstung zur Verfügung gestellt werden sollen. Und ich sage auch ganz deutlich, das Grundgesetz darf nicht zur Bundeshaushaltsordnung degradiert werden. Die 100 Milliarden Euro Sondervermögen sind für die Aufrüstung der Bundeswehr gedacht und haben nichts, aber auch überhaupt nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Alle diese Projekte waren schon lange geplant, wurden aus der Schublade gezogen. Und jetzt soll die Kriegssituation genutzt werden, um das der Bevölkerung schmackhaft zu machen, besser verkaufen zu können, damit es keine großen Proteste gibt. Die meisten dieser Rüstungsprojekte stehen ja in der Tat schon im Koalitionsvertrag. Es war allerdings nur kein Preisschild dran. Und nun soll die Bevölkerung dieses Wettrüsten einfach so akzeptieren. Ich kann ganz deutlich sagen, vor allem als Linke, wir werden diesen Kriegskrediten nicht zustimmen. Und wir sagen deutlich, Aufrüstung darf keinen Verfassungsrang bekommen. Und wir wissen jetzt schon, dass der Haushaltsentwurf der Bundesregierung sehr schnell von der Realität überholt werden wird. Die Abschaffung der Schuldenbremse ist ein nach wie vor aktuelles Erfordernis der Stunde. Die Regierung selbst hat ja schon einen Ergänzungshaushalt zu dem Haushalt, der heute erst vorgelegt wird, angekündigt. Aus Sicht der Linken brauchen wir, um diese explosive Mischung von Krisen in den Griff zu bekommen, endlich eine gerechte Steuerreform. Vor allen Dingen müssen große Vermögen stärker besteuert werden. Und natürlich brauchen wir auch eine Vermögensabgabe. Denn wir brauchen dringend mehr Geld, um die weitere soziale Spaltung in unserer Gesellschaft zu verhindern, umzukehren. Und Sie wissen alle, wir brauchen Geld für preiswerte Wohnungen, für Schulen und für die Integration von Menschen, die jetzt zu uns fliehen und die hier auch aufgenommen werden müssen und auch aufgenommen werden. Es gibt unheimlich viel Bereitschaft zu helfen, aber auch da braucht es finanzielle Mittel. Es gibt ja eine sogenannte Flüchtlingsrücklage, die dann nach langer Zeit in Rücklage umbenannt wurde. Das sind noch 48,2 Milliarden Euro. Und im Gegensatz zur Union sind wir der Auffassung, dass dieses Geld eben nicht für Aufrüstung verwendet werden muss, sondern für einen Zweck, für den sie auch eingerichtet wurde, nämlich Menschen in Not, egal aus welchem Gründe, ob nur Geflüchtete, Arme oder Obdachlose, zu unterstützen. Wir sehen auch im Ergebnis dieser ganzen Politik, dass die schwarze Null von Union und SPD zum Zerfall unserer Infrastruktur geführt hat. Und darum brauchen wir jetzt Investitionen, Bildung, Gesundheit, öffentlichen Verkehr. Und das ist in diesem Haushalt, sofern wir ihn jetzt schon überblicken können, viel zu wenig vorhanden. In den Haushaltsverhandlungen werden wir als kleinste Fraktion, das zeigt sich jetzt schon ab, einer derartig übergroßen Koalition gegenüberstehen, die es noch nie in unserem Land gegeben hat. Denn durch die Ansage, das 100 Milliarden Euro Sondervermögen einzurichten und dafür das Grundgesetz mithilfe der CDU zu ändern, hat sich die Ampelkoalition ohne Not von der Union abhängig gemacht. Und diese Gemeinsamkeit für mehr Aufrüstung und gegen soziale Gerechtigkeit ist damit vorprogrammiert. Wir als Linke werden versuchen, in den Haushaltsverhandlungen so viel wie möglich zu korrigieren und uns dieser übergroßen Koalition bestehend aus Ampel plus Union entgegenzustellen. So viel zur Einführung. Es soll im Zusammenhang mit diesem Haushalt ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen für Aufrüstung eingerichtet werden und uns stört, dass Wettrüsten Verfassungsrang bekommen soll. Zweiter Punkt. Es sind keine Punkte zu erkennen, die für mehr soziale Gerechtigkeit in unserem Land sorgen. Alle schönen Vorschläge von Kindergrundsicherung, Bürgergeld sind Worte, aber im Haushalt nicht abgebildet. Was wäre Ihre Hauptforderung? Unsere Hauptforderung ist kein Wettrüsten, keine weitere Aufrüstung, keine Veränderung des Grundgesetzes und zum anderen sind unsere Hauptforderungen Investitionen in Bildung, in Gesundheit, in soziale Infrastruktur. Wer soll am Ende das Ganze bezahlen? Ist die Frage des Adressatens der Rechnung offen geblieben? Es wird versucht, den Leuten weiszumachen, als viele das Geld vom Himmel. Aber letztendlich wissen wir ja jetzt schon auch aus der Corona-Krise, dass das Geld immer denen oder die Kosten denen aufgebürdet werden, die am wenigsten haben. Unsere Forderung ist endlich, zu einer gerichten Steuerreform zu kommen und Vermögensabgaben zu erheben. Ein Wort zur schwarzen Null lässt die sich halten? Was stehen Sie dazu? Die schwarze Null ist eine Chimäre. Die schwarze Null wird sich nicht halten lassen und sie ist auch gar kein sinnvolles Ziel. Die Schuldenbremse ist wirklich ein ökonomischer Unsinn. Das sagen auch Leute, die mit der Linken gar nichts zu tun haben, sondern auch viele renommierte Wirtschaftswissenschaftler inzwischen. Okay, herzlichen Dank. Danke Ihnen.